Tadda, Eleni hat das Mismatch, Eleni Gillespie ist zu spät, Walden gegen Malcom, ja Malcom hat sich vier von acht von der Dreierlinie, unglaublicher Athletenspieler wie hier, der sein eigenes, alle vorbereitet, Karneval ist das Spiel am Mittwoch vor Karneval gegen Kreuzheim. Da wird der Dom wieder kochen, Waila Bepp, der ist viel zu kurz und dann geht schnell nach vorne, Kratzer, Kratzer auf Nummer sicher, da kann Gillespie nicht mehr zum Blocken hochkommen. Bunga, da haben sie jetzt genau dieses Triangle, was auch den Thierry angesprochen hat, oder eines dieser vielen, die es dann immer wieder gibt. 50-50 Bälle geben gerade an die Bayern, auch das wieder eine tolle Aktion von Nisa Bunga. Bunga gegen Kressens, da kommt das Foul von Kressens, sehr sehr gut, auch flexibel, was die Position angeht. Tadda hat Platz und den Nutzer, Carsten Tadda, sechsmal ist er gefoult worden. Schön gespielt, Kratzer, ach, schön. Ja, super Zusammenspiel, das hat an das erste Viertel erinnert. In der Defensive gegen die Bonner haben wir eine Chance. Kressens, Delaney, super Pass. Delaney ist... Tadda! Kratzer, Schorz, Schorz attackiert mit Foul und trifft. DJ Schorz, Kratzer ist da, Kratzer finisht! Die beiden im Zusammenspiel. Schorz mit der Täuschung kommen nicht durch, acht Sekunden noch. Schorz, zweiter Versuch. Schwerer Abschluss. Normalerweise müsste Walden das ausnutzen. Walden gegen Delaney. Zieht das Foul und er zählt. Schorz, da kommt das Doppeln. Jetzt nur noch sechs Sekunden auf der Schussuhr. Wichtiger Dreier. Ganz... Walden, gut gelesen die Defensive. Was macht Bonn? Bonn verliert den Ball. Der erste Ballverlust von TJ Schorz. Es ist ein Drei-Pumpte-Spiel. Jaramas, zweite Chance der Münchner, die durch ihre Offensiv-Rebounds hier rangekommen sind wieder. Drei Sekunden. Bonga. Was für ein unglaubliches Spiel von Isaac Bonga. Wimberg, der Dreier ist daneben. Bonn gewinnt in München als zweites Team nach Alba Berlin. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.